Hallöchen und herzlich willkommen meine lieben Freunde zurück zu einer neuen Folge Plans vs. Zombies Garden Warfare 2 hier auf dem Kanal Rockkartoffel Ich hoffe, dass jetzt endlich mal alles so funktioniert, wie ich das gerne hätte Nämlich Ton drin, mein Ton drin, die Cam ist dann drin und das Spiel funktioniert Also bitte, das kann ja wohl nicht so schwer sein jetzt Ich bin schon ein paar mal halb ausgeflippt hier Weil mir das Projekt hier immer wieder einen Strich durch die Rechnung macht Das ist noch schlimmer wie bei Minecraft Aber wir machen genauso weiter, wie wir hier aufgehört haben Nämlich da unten, ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern Wir haben hier, wenn wir den Knopf drücken, ja jetzt freigeschaltet Knopf drücken, ach ne, geht schon von alleine auf Okay, müssen wir gar nichts drücken Dass wir zu diesem jungen Herren da kommen Und der hat dann noch diverse Missionen für uns Jetzt merke ich aber gerade, dass ich das eigentlich gar nicht will Denn mein Wissenschaftler ist auf Level 10 Das heißt, wir gehen ihn erstmal noch aufleveln Und gehen dann darunter zu dem anderen wunderbaren Typen Der uns dann weiterhin mit Quests versorgt Ich bin auf jeden Fall extrem gespannt Da, sehr schön Gut, dann gehen wir da mal hin Immer dienstags und donnerstags kommt hier dieses Projektjahr Ich habe ja in der letzten Folge schon gesagt Das wird wahrscheinlich auch so weitergeführt werden Aber momentan sieht es eher so aus, dass es abgesetzt wird Also, falls ich mir das dann irgendwann mal leisten kann Meinen neuen Computer zu bestellen Wird das Projekt hier wahrscheinlich über den Haufen geworfen Und durch irgendwas mit mehr Power ersetzt Und nein, es ist nicht Star Stable Falls das jetzt jemand erwartet oder haben möchte Ich werde kein Star Stable spielen Außer mal im Stream Und dafür muss ein Streaming-Goal erreicht werden Doktor Früska, kann ich dir helfen? Ja, oh, ich habe das eine Menge Abzeichen Ja, das haben wir doch letztens schon, glaube ich So, ich muss mal kurz hier ein bisschen lauter machen Anormale Anomalien Spezialkommando begibt dich sofort zur Z-Tech-Fabrik Irgendwas scheint die Effizienz der Produktion zu stören Machen wir das doch mal Hey, Glückwunsch, du wurdest ausgewählt Danke Für eine Tour durch die urschicke Zombos-Fabrik Die Fabrik wird schon wieder von den Pflanzen überrannt Dit ist nicht jut Nachtigall, ik hör dir trapsen Hier ist doch was im Busch Zombos will, dass du mal nachkiekst Bist du bereit? Hirn Ich finde die Fragestellung sehr löchrig Besonders, wenn man mit Hirn und Nicht-Hirn antworten kann Beziehungsweise kein Hirn Das finde ich nicht in Ordnung, Freunde Das finde ich nicht in Ordnung Okay, wir brauchen auf jeden Fall den Meeresbiologen Denn mit dem können wir uns heilen Das finde ich immer viel besser als alles andere Jetzt holen wir uns erstmal hier so ein paar Spackalacken Zack Den Wicht Dann noch den Brains Und dann noch ausnahmsweise mal Den Entsorgungsfachmann Los geht's Aufstellen nach hinten Okay, jetzt gucken wir mal Dass wir zuerst da hinkommen Moment, wenn wir hier durch das Portal durchgehen Dann kommen wir bestimmt auf der anderen Seite raus Bam Los, dann kommen wir direkt da raus Das ist ja ein geiler Scheiß Schön, schön, schön Zack Alter, wo sind wir denn hier? Hier war ich ja noch nie Hä? Wo ist es denn hier? Ich glaube, hier läuft man ab und an mal durch Und man normale Spiele spielt Aber so nach da hinten Habe ich, glaube ich, noch nie geguckt Das ist ja ein krasser Scheiß Jetzt frage ich mich Okay, es sieht so aus, als könnte man da durchschießen Das heißt also, wir setzen hier ein Satellitenbot hin Der ist ja auf große Range Sehr effizient Und da unten setzen wir einfach noch so einen kleinen hin So einen kleinen Pupsi Langdistanz, Langdistanz, Langdistanz Nahdistanz und Boxer Den setzen wir hier auch nochmal gerade hin Dann ziehen die so ein bisschen die Leute aus sich Beziehungsweise auch noch einen Feuertypen Und dann ballern wir die einfach weg Würde ich sagen, von da hinten kommen sie Äh, nee, warte, doch, 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 da Ja, ja So ist das Oh Gott, da kommen sie echt schon Und brettern Brettern, brettern Ihr seht vielleicht unten an meinem XP-Multiplikator Dass ich jetzt noch nicht So weit gespielt habe In den letzten Tagen Das lag einfach daran, dass ich chronische Unlust hatte Für dieses Spiel Denn Es hat mich doch beim letzten Mal so ein kleines bisschen aufgeregt Dass es ein bisschen schwierig ist Das hier alles so aufzunehmen, wie ich das gerne hätte Es hat mir ein bisschen die Aufnahme versaut Aber das lag auch irgendwie am Aufnahmeprogramm Ich hoffe, wie gesagt Dass jetzt alles endlich mal im Lot ist Dass hier alles aufgenommen wird Und so weiter und so fort Ich kann ja mal ganz kurz Hier gucken Okay, wir haben sogar eine Bitrate angezeigt Das ist ja Es scheint alles zu laufen Es scheint zu funktionieren Es war einfach so, dass das Video irgendwie 16 Also die erste Folge war ja 19 Minuten lang oder so Und in dem Videobearbeitungsprogramm war die Folge 2 Minuten lang Das lag daran, dass das Bild auf den Ton eingestellt wurde Und der Ton war einfach viel, 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 viel zu kurz Und von daher kam das dann so, wie es kommen musste Ich habe mich tierisch aufgeregt Und ja Keine Lust mehr auf das Spiel Erstmal eine Pause Alter, der geht aber richtig ab hier Oh, guck mal Cool Da ist unsere Knarre drin Hoppala Haben die, die stellen schon mal hier unsere Unsere Waffen her, oder was? Was, jetzt fällt mir jetzt erst auf Z-Tech, das ist wahrscheinlich Zombie-irgendwas Zombie-Tech Hätte man auch mal früher drauf kommen Oh, oh Achso, das ist ja unser eigener Team Kamerad Ha, weggebrutzelt Das war Salat Ach nee, warte mal Salat brutzelt man nicht Hoppala Tut mir jetzt aber sehr leid Okay, die hier stehen sogar noch Wow Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet Okay, neben dem hier stelle ich doch mal Den hier Zack Und da oben unser Long-Range-Futzi Der wurde wahrscheinlich noch gar nicht angefasst Ne, wurde er auch nicht Okay Nächste Runde Wann kommt der Boss? Auftrags-irgendwas Hypnose Üh, üh Lol Leute, seht ihr das? Das sind Pilze Hypnose-Pilze Oder was? Voll der eklige Kram Alter, mach den Kack mal kaputt Oh Das war unser Satelliten-Bot Es freut mich, dass er sich auch mal zu Worte meldet Hä? Ach da, guck mal Es ist ja voll eklig Du kämpfst ja einfach gegen Pilze Uäh Uäh Okay, perfekte Welle Es hat keiner von den komischen Hypnose-Pilzen Unseren Standort erreicht Das finde ich ja schon mal super Nur, wie geht's jetzt weiter? Nächste Welle ist im Anmarsch Hier gibt's Pilze Ach, guck mal Ist er denn auch? Ja, aber das kommt doch nicht oben rein, oder? Ach doch, gut, okay Könnte gerade so funktionieren Muss es aber wiederum nicht Ähm, von wo? Lol Achso Hä? Ah da Ich hab mir gerade schon die Frage gestellt Wo werfen die denn alles hin Den ganzen Scheiß hier? Okay, 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 okay Bombe Bam, 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 bam Bam, bam, bam Sehr schön Direkt mal ein Level abgemacht Level 2 jetzt schon Ich glaub Der ist jetzt schon 2 2 Ne, 302 sollte der Wissenschaftler jetzt schon Lass dir bitte meinen Freund in Ruhe Das find ich nicht in Ordnung von euch Box sie weg Box sie weg Okay, wir stellen jetzt einfach mal neben meinen Roboter hier Zack Healing Station Da wird es uns geholfen Und dem Roboter Wie lange geht das denn hier jetzt? Wirklich 10 Runden? Oder ist jetzt hier nach der 5. oder so Finish? Das war jetzt glaub ich die 3. Ne, Quatsch Ne, es war die 4. jetzt Die Anomalie kommt näher Sehr groß Sehr seltsam Aha Ah, jetzt kommt die Bosswelle Okay Da ist ja nur ein Baum bei Ist da sonst nix bei? Das ist ja mal langweilig Long-Wailig Oh, guck mal, da ist der Baum Da ist Schrubbi, der Baum Au Okay, Leute Es wäre jetzt cool Wenn wir es irgendwie schaffen könnten Zu groupen Ansonsten falle ich hier die ganze Zeit auf die Schnauze Hallo, Leute Hallo Weg hier Schnell on the other side Okay, jetzt wird gefackelt Jetzt wird gefackelt Komm schon, Flammbot Jawohl Der Flammbot macht ja auch richtig Schaden Uhuhu Alter Yo, yo, yo Okay Das hätte ich jetzt nicht erwartet von dem Flammending Dass er den Boss einfach mal übel wegknattert Oh, da ist aber noch einer Vor allen Dingen Vor allen Dingen die Backen halt so richtig krass Das kann ja wohl jetzt schlecht sein Und drei Sonnenblumen auf einem Haufen Okay, okay, okay Okay, der Flammbot kann wieder Jawohl So ist das richtig Allzweiter auf dem Flammbot Jawohl Nein Hat der Flammbot kaputt gemacht Haben wir den dicken? Jawohl, wir haben den dicken Okay Noch einer? Komm schon Gib mir noch einen Oh, oh Unser Brains ist aber auch Gegen die Terrakottaköpfe Äh, Töpfe Ziemlich Am Arsch Am Sackly Welle abgeschlossen Sehr gut Gott sei Dank Haben wir das mal wieder geschafft Sind wir jetzt fertig? Ich habe die Quelle der Störung ausgemacht Aha Heißt also, erforsche die Anomalie Anomalie da hinten Und ich könnte mir fast vorstellen Dass auf dem Weg dahin wieder einiges passiert Deswegen müssen wir jetzt ganz leise und unverblümt daran Und Hepp Huh Ein Hypno-Hybride Irgendwas Ein Unding ist das Äh, was ist denn so Äh, was? Ih, wir sind jetzt Ziegen oder was? Lololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololol Wir versuchen da in irgendeiner Art und Weise nicht angegriffen zu werden oder getötet zu werden. Obwohl das ziemlich knapp werden könnte innerhalb von einer Minute. Können wir da rein? Jawohl. Wir müssen den Hebel hier umlegen. Komm. Leg den Hebel um. Kommt hier schon was rein? Hoffentlich nicht. Ich hätte jetzt ziemlich wenig Bock. Alter, da unten würde ich gerne rein. Das wäre bestimmt cool. Wir machen mal die drei. Oh, guck mal. Entsorgungsfachmann wurde erledigt. Okay. Die werden jetzt alle ziemlich erledigt. Oh Gott. Heiß. Die wurden alle erledigt. Wer auch immer das hier ist, ist der kleine Wicht. Okay, den Wicht habe ich wieder geholt, aber den Rest, den kann man vollkommen knicken. Wie soll ich das denn überleben oder verteidigen oder was auch immer? Hier unten ist eine Riesensonnenblume. Z-Wicht wurde schon wieder erledigt. Wie soll ich das denn alleine schaffen? Lass dich nicht abknallen. Ich muss dich studieren. Was? Ich muss dich studieren. Okay. Er muss sich jetzt also uns ganz genau angucken, dass er weiß, wie wir den Scheiß hier wieder wegkriegen. Überlebe abgeschlossen. Ich bin da. Nichts wie raus hier. Das sind jetzt wieder unsere Kollegen. Lol. Achso. Ich dachte gerade schon. Ich dachte gerade schon. Okay, wir haben also die Anomalie soweit erst mal erforscht, dass wir wissen, dass da auf jeden Fall Ziegen entstehen. Das ist ja interessant. Belohnungen 10.000 Münzen. Aber warum besteht da immer Belohnungen? Das ist... Gibt es da irgendwann noch mehr oder gibt es da die ganze Zeit nur München? Das ist ja... Da tippe ich mir ans Hirn. Also das haben sie nicht konsequent durchgezogen mit dem Berliner Akzent. Da hätte ich jetzt eigentlich sagen müssen, da tippe ich mir ans Hirn. Und du bist wirklich keine Ziege? Zomboss braucht dich. Zomboss muss eine riesige Armee aufbauen, um einen riesigen neuen Pflanzenboss zu bezwingen. Oh. Na gut. Das ist ja interessant. Hey! Wir brauchen eine Armee gegen die riesige stinkende Hypnoblume. Errichte eine Armee, die unseren nicht stinkenden Anführers Dr. Zomboss würdig ist. Hirn. Okay. Zomboss braucht dich. Zomboss braucht mich. Zomboss braucht uns alle, würde ich sagen, liebe Freunde. Und deswegen verabschiede ich mich jetzt erstmal in die nächste Folge, dass wir mit frischer Energie wieder rein starten können in die Mission des Dr. 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 Künstler-Part. Dafür machen wir morgen dann 20 Minuten. Danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen! Wir mutieren hier ja zu neuen Höchstformen. Wir kommen unserem Status als Superagent immer näher. Und in der nächsten Folge geht es auch direkt weiter in der Mission für Dr. Zomboss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich würde mich sehr bei den Kommentaren und einer Bewertung freuen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dankeschön fürs Zusehen. Und auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020